Hallo, in einem vorherigen Video bzw. in den vorherigen Videos habe ich schon mal gezeigt, wie man für diese schöne Ausgleichsvorgangsaufgabe hier mit zwei Schaltern, die mir mal ein Student per E-Mail zugeschickt hat, eine Lösung per Hand entwickelt durch tatsächliches Aufschreiben, Formulieren, Ausrechnen und so der Differenzialgleichung und wie man zu dieser Aufgabe auch eine Probe in LTSpice machen kann in diesem Netzwerksimulator, in dem man dann einfach die Schaltung nachbaut, sich überlegt, was muss man einstellen, damit das mit der Simulation und so klappt. Und das funktionierte bis dahin alles ganz wunderschön und das, was ich jetzt in diesem Video zeigen möchte und dafür mache ich mein Kamerabildchen schon mal ein bisschen kleiner, ist, naja, wie man jetzt für die Lösung dieser Aufgabe eine Lösung, eine numerische Lösung dieser Differenzialgleichung praktisch von Hand hin bekommt, indem man sich selber das in Octave zum Beispiel oder Matlab programmiert. Ich nehme mir jetzt Octave. Also ich habe hier schon mal irgendwie so ein Octave-Fensterchen. Hier sind auch noch so ein paar Zahlenwerte drin. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Editor, um da was zu programmieren. Schreibe schon mal am Anfang so ein Clear-All und Close-All rein. Das kann immer nicht schaden, um alle Variablen zu löschen und alle offenen Diagramme zu schließen. Und tja, jetzt wollen wir im Prinzip, müssen wir im Prinzip so ähnlich wie hier so Maschensatz, Knotensatz, Maschensätze, Knotensätze, Strom-Spannungsbeziehung aufschreiben. Also Maschensatz ist relativ simpel. Knotensatz brauchst du in der Schaltung eigentlich nicht, außer vielleicht hier irgendwie an dieser Stelle. Aber diesen Schalter würde ich wieder umgehen und wird da eher was mit diesem Widerstand hier machen. Und tja, und ohmsches Gesetz ist auch relativ einfach, was natürlich trickreich ist und ein bisschen schwierig ist, mit dieser Ableitung umzugehen. Aus der ergibt sich ja auch erst diese ganze Differenzialgleichung. Und da borge ich und kopiere ich jetzt mal einfach ein paar Ideen von einer anderen Aufgabe, die ich in einem vorhandenen Videos kann und werde ich dann auch verlinken, schon mal hingeschrieben habe. Da ging es nämlich auch um Widerstand und Induktivität an einer Spannungsquelle, aber parallel und nicht in Reihe. Und da steht die gleiche Gleichung da, praktisch das Induktionsgesetz an der Induktivität wird eine Spannung induziert, wenn der Strom sich ändert. Und dann habe ich diese Gleichung hier einmal umgeschrieben und einmal umgeformt, sodass man eben den Strom ausrechnen kann. Und die Gleichung hier unten, also der Strom ergibt sich aus dem Integral über die Spannung plus den Strom, den man vorher hatte, die kann man jetzt im Prinzip tatsächlich ganz gut nutzen, wenn man einfach für kurze Zeitschritte simuliert. Also so, dass der Zeitabstand, über den integriert wird, so kurz ist, dass man annehmen kann, dass sich die Spannung da gar nicht verändert, dass die konstant bleibt. Und warum ist das so trickreich und schlau, das zu machen? Naja, wenn die Spannung sich nicht verändert, dann ist das ja eine Konstante, dann kann ich die einfach vor das Integral ziehen. Und dann bleibt dann die Integrale 1 stehen, die 1 nach T integriert ist sozusagen T und dann steht da einfach U mal T durch L. So ein bisschen wie hier oben, ne? Also U, ich habe ich das auch nochmal für so, gleicher Trick, gleiche Herleitung, wir sagen, dass diese Spannung konstant ist, dann kann man praktisch ein Delta I durch Delta T schreiben, wird aus dem Differenzialquotienten, ein Differenzialquotient und dann ist einfach die Stromänderung ergibt sich aus U durch L mal Delta T. Das ist die Gleichung, die Formel, die wir jetzt brauchen gleich. So, also fangen wir mal an, jetzt hier irgendwie was Schlaues aufzuschreiben für diese Schaltung. Ich mache mal das Fensterchen ein bisschen größer und das ein bisschen kleiner. So, und wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal, und ich wechsle mal zu dem Bildchen im Hintergrund mit der richtigen Schaltung. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal einen Zeitabschnitt, Zeiten. Ja, und also in LTSpice habe ich einfach von 0 bis 10 Sekunden simuliert. Das ist mit Sicherheit auch schlau, das hier zu machen. Also nehmen wir als Zeitschritt mal einen linearen Stufenvektor zwischen 0 und 10 Sekunden. Naja, und jetzt kann man sich überlegen, wenn ich jetzt 100 Zeitschritte nehme, habe ich ja 0,1 Sekunde. Das ist ganz schön grob. Wenn ich 1000 nehme, habe ich 0,01 Sekunde. Das ist vielleicht schon ein bisschen besser. Ich nehme mal 10.000, dann habe ich Millisekunden als Zeitschritte. Und ich nehme mal nicht 10.000, sondern 10.001, weil da habe ich ja genau eine Millisekunde. Weil Anfang ist 0 und Ende ist dann eben 10. Und dann brauche ich entweder am Anfang oder am Ende eben noch einen Wert mehr. Das macht die 10.001. So, und dann kann ich mal auch ein Delta T ausrechnen. Das wäre dann einfach der zweite Zeitschritt in diesem Vektor. So, also das wäre ein Zeitraum. Das wäre der Zeitschritt. So, und ja, jetzt will ich ja den Strom hier in der Schaltung für verschiedene Zeiten ausrechnen. Also baue ich eine Schleife über alle Zeitschritte und die lasse ich mal laufen von 1 bis zur Länge dieses Vektors T. So, und brauche ich schon mal eine Schleife. Jetzt brauche ich vielleicht vor der Schleife noch die Werte der Bauelemente. Also der Widerstand RI, der sollte 1 Ohm groß sein. Der Widerstand R, der sollte auch 1 Ohm groß sein. Ich kann mal hier das Fensterchen noch ein bisschen was kleiner machen. Dann kann man das nochmal da oben sehen. Also der I ist 1 Ohm. Der Widerstand R ist auch 1 Ohm, wobei der am Anfang kurz geschlossen ist. Da kann ich gleich noch irgendwie was zu sagen. Und UQ sollte 4 Volt sein und die Induktivität L 2 Henry. Also machen wir mal UQ sind 4 Volt und L sind 2 Henry. So, und der Widerstand R, ähm, tja, der ist 1. Ja, also mit dem Schalter hier, da müssen wir uns noch irgendwas überlegen, wie wir mit dem Schalter umgehen. Aber, äh, vielleicht erstmal über diese Schleife hier nachdenken. Also was wissen wir denn? Wir wissen auf jeden Fall, wir haben hier oben so einen Maschensatz. Diesen Maschensatz müssen wir jetzt mal auch irgendwie unterbringen. Und wir wissen auf jeden Fall die Quellspannung. Und wir wissen auf jeden Fall, dass am Anfang ja dieser Schalter offen war. Und wenn der Schalter offen ist, dann kann ja hier in dieser ganzen Masche kein Strom fließen. Also wir wissen, dass am Anfang, ganz am Anfang, muss der Strom mal 0 gewesen sein. So, okay. Und wenn der Strom jetzt 0 ist, vielleicht schreibe ich das mal so, also der erste Zeitwert von dem Strom ist 0. Dann wissen wir auch, okay, wenn der Strom 0 ist, dann kann ich auch die Spannung über dem Innenwiderstand ausrechnen. Ähm, die sollte sich nämlich einfach aus Ri mal I ergeben. Ja, einfach, ähm, das ist jetzt das Ohmsche Gesetz hier oben aufgeschrieben. Also, ich kenne den Strom am Anfang. Strom mal Widerstand ergibt die Spannung. So, wenn ich jetzt die Quellspannung weiß und diese Spannung weiß, dann kann ich natürlich hinten die Spannung ausrechnen. Ich rechne jetzt mal genauso noch die Spannung hier über diesen Widerstand aus, ähm, in die gleiche Richtung. Die nenne ich mal einfach UR von N. Die ergibt sich natürlich aus dem gleichen Strom. Ja, bloß das hier R steht. So, und wenn ich diese beiden Spannungen weiß, dann kann ich auch die Spannung über der Induktivität ausrechnen. Die sollte nämlich einfach sein UQ minus diese beiden. Also UQ minus die eine Spannung minus die andere Spannung ergibt die Spannung über der Induktivität. Und jetzt kommt hier diese schöne Gleichung hier zum Tragen. Also, wenn wir die Spannung an der Induktivität wissen, durch L-Teil mal Delta T rechnen, dann kriegen wir ein Delta I raus. Und um das ändert sich jetzt der Strom. Also können wir schreiben, schiebe ich mal das Oktavfenster hier rüber, Der Strom zum Zeitpunkt N plus 1, na, also der nächste Strom ergibt sich aus dem UL von N durch L mal das Delta T, was ich oben definiert habe. Und dann plus den Strom, den wir vorher da hatten, plus den Strom vom jetzigen Zeitschritt. Also Strom vom jetzigen Zeitschritt, Spannung vom jetzigen Zeitschritt durch L mal Delta T, das zusammen ergibt den neuen Strom. Und dann fängt ja diese Kurve, diese Schleife praktisch von vorn an und macht neue Spannung über den Widerstand, neue Spannung über den Widerstand, neue Spannung über der Induktivität und dann geht das immer so weiter. Eigentlich sollte das jetzt so schon funktionieren. So, und ganz am Ende kann ich das jetzt natürlich mal plotten. Also ich kann die Zeiten plotten und alle Ströme plotten und weil, jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, die Schleife läuft ja von 1 bis 10.001 und dann wird aber noch ein 10.002 Wert generiert. Also ich, und den muss ich am Ende wieder weglöschen, zumindest fürs Plotten, muss ich den wegnehmen. Dann kann ich da den Strom plotten und dann bin ich ja ein ernsthafter Wissenschaftler und schreibe mal noch so ein paar Achsenbeschriftungen dran. Also das unten ist die Zeit in Sekunden an der x-Achse und an der y-Achse haben wir den Strom in Ampere. Und ein Gitternetz ist vielleicht noch nicht schlecht und dann könnte, sollte, dürfte, müsste das schon mal so funktionieren. Also klicke ich mal auf Datei speichern und nenne das mal irgendwie Netzwerk RL in Reihe. Und dann erscheint schon ein Plotfenster auf einem anderen Bildschirm und das sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ich muss sich mal wieder die Fenster hier wechseln. Das ist ja die richtige Lösung dieser Aufgabe. Aber also jetzt im Moment habe ich ja in meinem Octave-Skript, mal gucken, ob ich das hier alles irgendwie sinnvoll auf den einen Bildschirm bekomme. Also jetzt habe ich ja in meinem Octave-Skript beide Widerstände drin. Das hier muss man noch ein bisschen kleiner. So, also ich habe den einen 1 Ohm und den anderen 1 Ohm Widerstand. Und deshalb, naja, kommt jetzt genau das raus, was auch die erste Lösung war, die ich mal in dem LTSpice-Modell simuliert hatte, wo einfach beide Widerstände aktiv sind. Also da steigt der Strom nur auf 2 Ampere an. Das sind genau die 2 Ampere, die hier an der Stelle mal ausgerechnet wurden mit dieser Zeitkonstante von einer Sekunde. Kann man sich auch ganz gut hier denken, wenn ich jetzt hier eine Tangente heranzeichne an die E-Funktion, da wo die Tangente die Asymptote schneidet, ist genau diese eine Sekunde um. Also das ist genau diese Lösung mit der Schalter ist jetzt offen. Wenn ich den Schalter schließen will, also ich kann ja mal hier hinschreiben, das ist Schalter S2 ist offen. So, und wenn ich den Schalter S2 schließe, dann ist ja der Widerstand R praktisch 0. Dann habe ich den überbrückt, dann habe ich ihn kurz geschlossen. So, und dann in dem Fall sollte natürlich diese Lösung hier rauskommen, die mal ursprünglich hier gezeichnet ist, dass der Strom auf 4 Ampere ansteigt mit so einer anderen Zeitkonstante, nämlich mit einer Zeitkonstante, die steht hier drüben von 2 Sekunden. Also mal simulieren klicken, kommt ein neues Fenster und das muss ich suchen und dann sieht man, vielleicht nehme ich auch einfach mal das Close All raus. Dann sieht man, Strom steigt jetzt auf 4 Ampere an, Zahlen sind super klein hier in Octave, aus welchem Grund auch immer und die Zeitkonstante ist auch ein bisschen länger. Wenn ich jetzt hier eine Tangente anlege, dann schneidet die die Asymptote bei 2 Sekunden entsprechend, die 2 Sekunden hier stehen. Also funktioniert wunderbar. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass der Schalter hier irgendwann umschaltet, ja, in dem, im richtigen Zeitpunkt oder eben so wie hier zum Zeitpunkt 2 Sekunden. Und jetzt muss ich mir eben hier irgendwie was überlegen, dass ich prüfe, also if, so, wenn die Zeit, die Zeit kriege ich hier raus. Und dann muss ich hier unser Schalter auf mal wer im richtigen Zeitpunkt oder nicht? Dann muss die Zeit kommen, was ich mir __r up. Dann soll, dann soll ja der Schalter aufgehen. Und wenn der Schalter aufgeht, dann wird der Widerstand auf einmal wirksam. Dann muss der Widerstand auf einmal einen Ohm haben. Am Anfang, am Anfang ist der, achso, das ist hier mit einem Nioff offensichtlich geschlossen. So, also am Anfang ist der Schalter geschlossen, dann ist der Widerstand praktisch null. Dieser Widerstand hier ist am Anfang null, weil der Schalter geschlossen ist. Und nach zwei Sekunden geht Öffnen des Schalters, S2, geht der Schalter auf, dann wird der Widerstand hier auf einmal wirksam. Dann hat der auf einmal die Ein, um die hier stehen. Ja, und eigentlich braucht natürlich diese Bedingungen nur einmal abgefragt werden, aber das ist jetzt egal. Der läuft jetzt natürlich jedes Mal da rein, wenn das so groß ist, aber das ändert ja nichts an dem Resultat. So, also das ist hier jetzt den Schalter Öffnen. Ich klicke mal auf Run und gucke, was passiert. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es scheint wohl irgendwie eine Fehlermeldung zu geben. T von Null wird ja irgendwie geprüft. Achso, hier steht T von T, das ist natürlich großer Quatsch. Also hier muss T von N stehen. So, und also was sollte jetzt rauskommen, wenn man das jetzt so macht? Jetzt sollte diese Kurve rauskommen. Strom steigt an bis zum Zeitpunkt zwei Sekunden. Dann geht der Schalter auf, dann wird die Endbedingung geändert. Es steigt nicht mehr auf zwei Ampere an, auf vier Ampere an, sondern zählt auf zwei Ampere ab. Mit einer etwas kürzeren Zeitkonstant, dann sollte man genau das, was hier mal so als schwarze Kurve drüber gezeichnet ist, steigt an, fällt ab sehen. Also zweiter Test, Run und es funktioniert. Sieh da, das sieht doch super gut aus. Ja, also genau das, was man jetzt so erwarten würde. Strom steigt an, zwei Sekunden, dann wird der Schalter geöffnet, indem wir hier den Wert des Widerstandes ändern. Da muss man sich gar nicht Gedanken über den Schalter machen. Man ändert einfach hart den Wert des Widerstandes. Das ist das, was in der LTSPY-Simulation nicht ging. Da musste ich wirklich mir irgendwie Gedanken darüber machen, wie man da den Schalter reingebaut bekommt. Mit so einem spannungsgesteuerten Schalter. Und dann sinkt eben der Strom ab. So, und jetzt gab es ja noch diesen Aufgabenteil C hier. Zu welchem Zeitpunkt T1 Sternchen anstelle von T1 müsste man diesen Schalter öffnen, damit der Strom eben auf die 2 Ampere ansteigt und dann direkt konstant bleibt. Und das ist ja auf der zweiten Seite ausgerechnet. Das sollte eben zu diesem Zeitpunkt hier sein. Und das waren minus zweimal der Logarithmus von 1,5, der natürliche Logarithmus. Genau dieser Zeitpunkt sollte das sein. Die Formel steht hier auch noch irgendwo. Die kopiere ich jetzt einfach mal wieder. Da kam diese 1,38 Sekunden raus. So, und wenn ich jetzt mal die Zeile hier weg mache. Und das hier. Also ich mache mal Schalter öffnen nach 2 Sekunden. oder Schalter öffnen nach T1 Sternchen. Dann sollte das eigentlich passen. Und wenn man das jetzt so macht, dann sollte der Strom einfach hier ansteigen. Genau bis auf die 2 Ampere. Und dann konstant bei 2 Ampere bleiben, wenn das denn so passt. Also ich suche mal das Fenster hier für den Strom und klicke mal auf simulieren. Und es funktioniert. Ja, also nach den 1,38 Sekunden geht der Schalter auf. Der Widerstand ändert sich. Strom bleibt konstant. Wunderschöne, aus meiner Sicht auch sehr charmante, sehr einfache Lösung. dieser immer noch didaktisch brillanten Aufgabe. Durch numerische Simulationen, selbst gebaut, selbst gemacht, handgemacht. In Octave funktioniert genauso auch in MATLAB und oder Python. Das war die erste, dass Gabriel Willkaba. Und sch Jenkins den To Animals brauchen.